müssen wir zurück im gleichen gespräch ich habe ja das herz gebrochen ich habe ja das herz gebrochen noch ein kampfmesser was ist ruhe ein bisschen wert hat sie doch süchtig ich kann schon fragen geben wo ist der mann hier ist der mann ja baumsaft nichts wert ich habe beides vorkriegsbuch eine zigarette ne die kriegt er auch nicht weiter jede menge action alles klar herald ich kann nichts nachzuden ich bin bereit für action 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 ich könnte mich mit meinem messer durchmessern was haben wir alles mit wir haben ziemlich viel mit aber ich brauche ein blei rohr sehr schön jetzt blei rohr time haben wir schon gesehen sie kommt mit fäusten sie die 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 Verdammt! Oh nein, Karma! Das will ich bloß machen. Da haben wir wen, da haben wir wen. Ja, keine OP. Ops, hab ich dort nicht. Ich seh gar nichts. Obt, obt! Tragisch! Tragisch! Oooooohm! Wo ist es, wo wir? Haben wir noch ausgezogen alle? Ungewehr, danke, 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 danke. Ähm... Kann ich jetzt hier schlafen? Na ja, schau. Wie schön. Keine Höhle, oder? Nein. Ich hab was gefunden. Ein... Ach egal. Eine Leiche. Ein Nickerchen machen nach dem Möhren. Schönes Nickerchen. Auf Nacht lootet sich sehr viel besser. Ah. Ok, wen haben wir sonst noch? Du. Warum nicht? Du. 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 Nein, wo ist die Wartetaste? Nein. Nein. Gibt es nicht eine Wartetaste hier? Ach, nischt. Dann werden wir wieder in der Nacht herum. Ganz links drüben war noch was, was interessant ausgeschaut hat. Dort gehen wir rüber. Ach, kein Blatt Wasser mehr. Ja, nur normales. Das Kind hat sich vielleicht mit einem Baum versteckt. Warte mal. Geht doch in die falsche Richtung, oder? Muss nach links drüben. Da rüber. Da gibt es vielleicht was interessantes. Da drüben sollte doch todesklar im Gebiet sein. Das wäre echt eine Kamera. Klatsche dann. Wolltest du echt todesklauen werden? Hier oben irgendwo. Warte mal. Da. Ja, ganz schön. Bild. Da. infantUD Da. da Lun Da. Ah ja, ganz rechtes Todesclown-Gebiet, Brahmin. Was zum Teufel. Wegen der Red-Kakelake. Ok, es gibt Steak heute. Ich muss was ausprobieren. Nein. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ah, sorry. Wie hab ich das gemacht? Ok. Einfach durchmetzeln. Hm, Rösti-Kampfmesser. Da haben wir genug. Immer durchkampfmessern. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Gut habe ich Jericho. Das ist mein Jericho. Für die einen Punkt-Erfahrung. Und für Steak natürlich. Ach. Man kann Kühle schupfen. Krass. Ich denke, kommt mir das nach Todes-Gebiet vor. Ach, hier kommen wir runter. Es ist irgendwo-Ange. Ach, hier kommen wir runter. Ja! Das ist wohl hier. Ja! Ja! Nichts hier, krass, das ist ein Weg, wir haben doch nicht einfach da eine Sackgasse reingehauen Das Spiel schaut schon wieder so grün aus, wir kommen in Fallout, Grünfilter The Game, das stört mich gerade wieder, ok, wie kriege ich den Grünfilter weg, Abflussschiebung, nicht viel besser, wir kommen vor ein bisschen schlechter sogar, ach, Das ist dann schon der richtige Weg da drauf, ach, ich dachte, ich habe es gesehen Hier unten, hier muss ich runter oder was, oder ist hier oben was Ah ja, Mist Mist Ah, und der hat eine Minigun Ah, nicht reinhupfen dort mit Also ein super mutanten Dorf haben wir hier drüben Ich habe runtergeschmissen, nicht getrunken Wie viel Zu wenig Oh, das war es mit seiner Minigun, also wieder auf die oben Besser als ein Raketenwerfer Oh, schau, wir sind ein Gefangener Oder ist eine Brücke Die Distanz-Worfen-Monik-Knopfheit ist gerade ein bisschen zart Farben schauen mir überhaupt nicht cool aus Warum nicht, was passt mit euch Farben nicht Hm, minus 20 Das passt mir besser Jetzt weniger grün, mehr blau Nur zwei Klepenhüte Natürlich ein Sturmgewehr, da ist noch mehr Doch nicht nur zwei Verdammt 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 Nichts wert für das Gewicht Wo ist er? Du bist Du hast Ach, das ist ein Orangeburg Oh, das ist ein Orangeburg Nein! Das macht nichts. Ok, das reicht. Ok, das reicht, das reicht. Ich bin mir sicher, gibt es ein Beet, direkt wo das Dark Beet wieder. Hm, ich bin mit den Beinen. Mein Lieblingsessen. Ok. Sturmgewehr natürlich was sonst. Ah, die Sturmgewehre, die sie mir entgegenwerfen. Wird alles verkauft. Man braucht nur Sturmgewehr spielen in diesem Spiel. Nichts anderes. Aber wo wir Sturmgewehr spielen, können wir sicher mal die Häuser sichern. Ist diese Hütte wirklich verlassen? Oder lügen sie? Sie ist nicht wirklich verlassen. Sie haben gelogen. Tötet sie! Tötet sie alle! Tötet sie alle! Die haben das nicht gemacht. Wenn geradert. Ob. Ah, da sitzt ein Typ. Da sitzt einfach ein Typ. Bisschen gutes Karma für mich. Ah, verdammt, das Geld. Komm schon, da gibt es doch einen Sweet Spot. Nein. Mist. Mist, okay, lassen wir es so. Ah. Also mit der Dame passiert das wichtige Kind. Ups. Das ist ein Weg, nein, nein. Oh, stimmt mit der Beine. Mini-Safe, aber mit. Gai, Gai, Gai. Machen wir ein Nickerchen mit dem Räder. Ein kleines, ein kleines Rader-Nickerchen. Und Entzug, und Entzug auch. Oh, es hat meine Stimme gekillt. Kartoffelchips im Kühlschrank. Delikatesse, kalte Kartoffelchips. Wer kennt es nicht? Jeder mag es. Da war noch eine Dame. Ich bin hier drüben. Hilfe. Ja. Ja. Ist doch auch ein Raider. Ups. Oh, jetzt schaut die Farben gar nicht so schlecht aus draußen. Ja, weg mit dir. Letztes Haus. Nicht nur die Kronkröken. Die Arme kannst du behalten. Die Schädel auch. Verlassene Hüte. Wehe die Lügen wieder. Okay. Glück gehabt. Dank. Nein. Okay. Wir haben ein Haufen was Vorkriegsgeld. Das letzte immer was ich verkaufe. Dampfanzeige. Warum schaue ich da rein? Was gibt es hier? Rot Patronen. Brauche ich. Brauche ich. Uh, Vorkriegsbuch. Genau das war zu viel. Genau das war zu viel. Okay. Was? Granate? Granate. Keine gute Leiderung. Was denn? Hm. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Kann ich das trinken, das Zeug? Nein. Nein. Zurück geben geht nicht mehr. Zwei Kronkorken. Oh, das ist ein Charakteristisch. Wichtigste. Okay. Ansonsten war da noch irgendwo eine Waffe, die ich mir holen wollte. Fünf Ankers. Irgendwas von diesen Sachen. Die schauen wir uns an. Dann ist es fertig für heute. Heute. Ein amerikanisches Rifle. Oh, dort eins getötete Leute. Cartoon bin ich besser. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, nicht meinen Hund anschießen. I'm too raider. Er rennt um die Ecke. Pullen dir Hund. Oh, das war mein Schuss. Hat den Skoplin gerissen. Noch nie wieder aufgefüllt für mich. Danke. Ui. Okay. Temperatur will ich auf 65. Ich glaube bei 70 kommt das Gute. Kleine Waffen weiter rauf. Und der Rest wieder in Nahkampf rein. Was haben wir? Leichter. Uuuuh. Das wäre fast wichtig. Nein. Das wäre auch nicht schlecht, der Mantium. Ich habe kein... Ich bin in kein Mailloc oder keine Minengebiete in nächster Zeit. Also machen wir zuerst das hier. Die Minengebiete kommen erst später. Diese innen starten. Ach Gott. Wie viele noch? Wie viele Stimmwerk wollte wir noch geben? Don't give her silly bitch. ah da ist die Kampflintenlöcher Kampflinte haben wir auch schon ein paar ok ok in welche Richtung machen wir den Mark am besten den muss ich noch lüten was soll ich mit den ganzen Sturmgebern machen ach komm her Junge ein paar Käsel die Dinger droppe ich einfach ui ach Patronation ist ein Alkohol für dich ach ich hab grad durchgeboostet wissen die nichts wert Logulismus haben wir hier noch zum lesen und dann gehts weiter ja und ich musste so hier rüber oder nein hier rüber muss ich ach so die Stunke werden wir auch jetzt wieder haben ja 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 Luton wenden. 70%. Ach, ist noch immer zu Geld. Noch immer zu Geld. Zu Geld. Zu Gelb. Zu Gelb. Sollte das ganz normal sein fast. Nein, nein. Ach Gott. Gut. Das schaut ausgewaschen aus. So schaut es bei mir gerade aus. Lassen wir es zu der Welt. Dann seid ich noch verrückt. Obwohl das gefällt mir auch nicht. Gott. Nur wenn ich das nicht schaffe, das Spiel auf dem PC zum Laufen zu kriegen. Auf zu husten. Schreibt nach Supermodanten her oder Raider. Ich hätte da nicht reingehen sollen. Ein Todesfalle. Ein Femil. Ja. Todesfalle. Wo ist der Aufzeichner? Bitte kommen, bitte kommen. Gibt es irgendwelche Trucker auf dieser Frequenz? Das war alles. Nein. Weglaufen. Da war gerade eine Leiche im Weg. Nichts getroffen, fast. Das ist meinst du weglaufen. Oh boy. Oh. Was war das? Verdammt. Ich bin nicht. Das ist mit mir da drin. Nicht umgekehrt. Nein, dann haben wir Betten da. Wer hat die verdammte Granate geworfen. Ah ja. Der Typ bleibt noch. Und sagt nein. Aber ich glaube, das Dummgewehr sagt die auch. Ich bin noch nicht tot. Und ich werde von hinten angeschossen. Ach, ich bin ein Gewehr verdammt. Wie viele. Was haben wir hier noch? Schmutziges Wasser. Ach, ich habe mich. Ach, ich habe mich. Ich habe mich. Ach, ich habe mich. gut aber team und Sturmgewehr Och Boi Sturmgewehr, Sturmgewehr, Sturmgewehr sonst nichts Sturmgewehr Sturmgewehr Warum gibt es in diesem Spiel nur Sturmgewehr Balancing So eine Deko brauche ich auch in meinem Zimmer Sehr stylisch Mmmmm Ja, ja Das kann was Lecker Habt ihr auch Sturmgewehr für mich? Ja natürlich Was denn sonst? Du brauchst Du brauchst nur ein Sturmgewehr hier Kann es ja nicht sein Good Maddox Maddox Eine Runde schlafen Und weiter Okay, wo sind die wichtigen Sachen? Wir sind dort was ich markiert habe Akademie Akademie Scale Bridge Daher Näher Natürlich Natürlich spielen wir Sturmgewehr Was sonst? Ob es dann einen Mod gibt Dass die Gegner Waffen Variation ein bisschen durchtäuscht Blah Ne, da ist ein freundlicher Vielleicht Ihr Herz Wir können uns alles leisten was wir brauchen So, jetzt sehe ich es wo es hinfliegt Mist Mist Oh Red Rocket Station Oh Nice Gingner Ah, verdammt Der verdammte Kragen an Dieser Der verdammte Kragen an Diese Rüstung ist zu eng Diese Rüstung ist zu eng Okay Es wird mir noch repariert alles was geht Oh, ich habe keinen Platz mehr Ob das nah ist Ob das nah ist Ob das nah ist Dann gehen wir hier weiter Wie gesagt Sturmgewehr Das schaut nach einem Todessee aus Kann sein, dass es kein Gegner Okay Aus zum Teufel wie viel 37 nicht so perfekt aber her damit breiter hut immer der breite hut jetzt geld bekommen ja wir werden unseren dreck los und endlich na gott sei dank die hat sogar guten dienst erwiesen also beharte ich die ich habe viel mehr laserpistolen und weck damit einfach weg damit zehn und was mit neun kann ich kaufen schlocking okay und was cool ist das schon mit so jemandem machen bis später den jaguai bs begleiter schau dir das ding an sammler jaguai das krasse frau die darf leben oder ich darf leben mehr mehr realistischer hier im schleppter warum gibt es das für mich nicht nichts gegen dogmeater wong jaguai okay hier muss ich irgendwie rauf jetzt sind die brunnen hier im entstand oh thanks to him in deinem Tod Nagelbrett ich hab schon die stärksten Nahkampfwaffen die macht sich wie in Junkan im Fallbistole spiel ich nur zum Spaß da gibt es anscheinend mehrere Sachen eine Höhle vielleicht ok, komm hier ein kleiner Hund noch Wunderduellen was für eine Überraschung mein Hund gewinnt das ist so schwer sich durchzumanövren was gibt's hier unten oh boy in was kämpft der gegen eine Ameise ok, kommen sie mit Kanaten ich glaub die Ameisen sind tot und der Hund rupft gleich rein ja, Hund ist dabei oh, verdammt die Taktik zu tödlich hm, was gibt's hier ich muss links rauf dann wieder Zeit sagt, 40 Minuten oh, sind schon weit drinnen ganz Dorf nein danke, da geh ich nicht drüber ich kann viel lieber was da drüben ist oh, ja, oh, why da muss ich mir fast holen warte, sind das zwei Mist ja, sind zwei ich hab was gefunden nein ach, egal gleich geht's tot hopp, da kommt der zweite oh, ja, da kommt der zweite Okay. verdammt verdammt das ist witzig ja das war's mit dem dog meat carry und die pfeilpistole kann ich glaube ich wegschmeissen die ist ziemlich wertlos wir behalten sie im inventar bailer bridge und das heisst für mich ich brauche nur zwei schläge schon eine feuerameise nur weil ich mich auf die pfeilpistole verlassen habe ist er tot verdammt ich sehe nichts interessantes du warst du schon überall anscheinend ok wo führt mich dieser weg hin das war's mit dem Das sieht aus. Komm schon, komm schon. 4, 4. Hammerknau. Gott, das wird. Das ist auf dem Turm. Das ist auf dem Turm. Ohhhhhhhhhhh. Ah, das schweißt, keine Tränen, ok, ich weiß, ich hab noch immer nicht die Höhle oder das Haus gefunden, wo die legendäre Waffe drinnen sein sollte, sollte ein Haus sein, doch nicht, nein, nein, ich weiß, was zum Teufel, ich bin so verwirrt, zwei Pfeile, ist da einfach zu erinnern geworden, dann hat sich dieses Mapdesign ausgedacht, was fighten die, ah, verdammt, blöde fliegen, verdammt, da hab ich keine Impulsgranaten, doch hab ich, er hat mich am besten, ist was, ah, ne, ich verfehlt, wow Oh, Mist Wo sind jetzt die goldenpunkte hier, wenn ich dann in Boston verdammt? Oh, nicht wert, nicht wert, nicht wert, komm ich hier überhaupt drauf? Ach, komm schon, spiel, in das Garum Horse Für was? Für was? Na, gut so. Na, gut zu Dank. Ach, verdammt, warum geh ich da überhaupt drüber? und dann schaut das eigener aus gerade auf dem bürtchen filter verändern die zehnte okay letter in die Karte nein Keine Ahnung, keine Ahnung, da schaut das bei mir nicht aus. Bis nächstes kann ich gleich nur Volt machen, weil ich mein sehr geschätztes Team Mitglied schon verloren habe, diese Jaguai Bastarde, wo mir die Dartpistole eigentlich hält, nur etwas sollen. Ich würde mich ignorieren, wenn ich die Waffe weggesteckt habe, oder? Das war ein kleiner Hülleneingang. Gebt mir dein Hard-Metall. Nicht einmal. So, Pistole. So. Was zum Teufel? Okay. Wenn wir mal wieder reingehen können. Nein, 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 nein. Uh, Rückzug. Krass. Okay, ich schätze, ich sollte zurück nach Megatron. Ich habe nicht gefunden, was ich brauche. Vor den Bernistag könnte das auch sein. Muss ich nochmal nachschauen. Da ist die Bibliothek, verdammt, das ist ziemlich weit weg. Was darf denn sein? Gleich alles heilen, das darf es sein, alles heilen, und dann Schuttgart holen oder so. Irgendeine Waffen brauche ich etwas besseres als die Dartgun, nutze dieses Ding. Ich bin so stark verstrahlt. Was? Was? Das Geld von mir? Nicht wirklich. Oh, wo sind die Zigaretten? Oh! 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 Hm. Verdammt, hab ich ganz vergessen, Stealth-Boost sind sehr extrem viel wert. sind sie fertig gibt es scheint okay okay ich schätze hier kann ich es beenden dort mit ist am ende ich bin am ende ich gehe noch ein paar sachen verkaufen und so wäre verlust